Auf. Zu. Auf. Zu. Eine einfache Sache. Die meisten Menschen bemerken sie noch nicht einmal, obwohl es eine hygienische, komfortable Lösung ist, die schützt. Für mich ist die Faszination ungebrochen. Denn wenn sich diese Türe den ganzen Tag, rund um die Uhr, über 20 Jahre zuverlässig öffnen und schließen muss und dazu noch ästhetisch in die Architektur einfügt, dann ist das alles andere als einfach. Funktionalität, Design und Innovationskraft, das prägt unser Schaffen seit über 60 Jahren. Und genau damit begegnen wir den Anforderungen von morgen. Stahl, Alu, Glas, Profile, Riemen, Rollen, Steuersysteme. Beste Materialien und Verarbeitungsqualität treffen auf zukunftsweisende Technologie- und Softwarelösungen. Was wir erschaffen, soll Bestand haben. Zeitlos sein, nachhaltig sein. Schweizer Qualität in die Welt hinausgetragen. Und ich behaupte, diese Sprache der Qualität wird überall rund um den Globus gleichermaßen verstanden und geschätzt. Von denen, die sie mit Begeisterung und Liebe zum Detail verbauen, betreuen, kontrollieren und instand halten. Über den ganzen Lebenszyklus, egal wo und unter welchen anspruchsvollen Bedingungen. Die meisten Menschen bemerken sie noch nicht einmal. Und genau dann weiß ich, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben. Auf, zu. Eine einfache Sache.